Zeig uns doch mal in deinen Badeklamotten, wie man total konzentriert hier ein Klo repariert. Oh, die Musik ist schon wieder nicht gut. Aber du kriegst das hin, ne? Ich bin mir sicher, dauert das jetzt wirklich so lange, bis der Balken da hoch ist? Nee, dauert es nicht. Ach nein, der Balken ist fürs Reparieren nur, nicht fürs Klo. Also manchmal ein bisschen durcheinander für mich. Ey, was? Und wir haben einen Teil für die Sanitäranlage. Okay, das ist ja cool. Dann kannst du gleich hier auffischen. Einer muss sauber machen. Und ich tue es nicht, Fräulein. So, das ist ja cool. Okay. So, wann? Ja, das ganze Wochenende noch mit ihr. Ich hätte ja lieber das Wochenende mit Paris. Und so, aber okay. Weil ich mit Paris eine Party machen möchte. Paris braucht das. Niki braucht das jetzt nicht so sehr. Was möchtest du denn? Obstkuchen essen? Hast du das noch in deinem Inventar? War das der? Guck mal, das war der. Nimm dir ein Stück. Nimm dir ein Stück. Dann haben wir dir doch einen Wunsch erfüllt. Und dann möchtest du befördert werden. Fräulein, lass uns doch erst mal anfangen. Aber das könnte ich doch mal anpinnen vielleicht, ne? Was möchtest du jetzt? Das Schachspiel beobachten? Ja, willst du dir das Schachspiel angucken? Nicht wirklich, oder? Paris kennenlernen. Ja du, irgendwie habe ich das Gefühl, das wird schwierig hier. Mit Paris kennenlernen. Apropos, oh Gott, die arme Sau. Die tut mir so leid gerade. Aber hey, da hat sie mal ein paar Leute kennengelernt. Sonst doch da mal gucken hier. Ja, das füllt sich doch so langsam. Können wir doch auch eine hübsche Party vielleicht mal machen. Ich habe nur keine Ahnung, wie das geht. Ich glaube, ich habe bei den Sims noch nie eine Party geschmissen. Naja, werden wir rausfinden. Ich glaube, man kann nur begrenzte Leute einladen, oder wie war das, ne? Das fände ich natürlich doof. Je mehr, umso besser. Aber, ähm, wartet mal. Seht ihr mal, apropos. Das geht ja... Ne, das wollte ich nicht. Warte mal, ich wollte... Das wollte ich. Ähm, das geht jetzt. Ich weiß nicht, mit welchem Patch oder ob das mit dem Add-on kam. Man kann hier jetzt die Türen abschließen. Das finde ich richtig gut. Weil ich würde schon, ähm... Ach hier, das kam wahrscheinlich mit dem Add-on an die Arbeit. Genau. Für alle außer Familienmitglieder abschließen. Für alle abschließen. Hm. Ich überlege nämlich, ähm... Dann so eine Party im Freien zu machen, ne? So eine Poolparty oder so. Müssen wir mal gucken. Vielleicht noch irgendwas kaufen und aufstellen. Ähm... Oh Gott. Tut mir so leid. Ja, und Sims haben immer irgendwie die doofe Angewohnheit, irgendwo hinzugehen, wo sie nicht hin sollen. Die hängen dann alle irgendwie, was weiß ich wo. Oh, und sie spielt Gitarre. Das ist ja nett. Das ist ja nett. Ding, 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 ding. Okay, du übst noch. Aber wie könnte ich das machen, wenn ich alle ausschließe aus dem Haus? Alle Gäste? Dann kann natürlich ja auch keiner aufs Klo, ne? Das ist ja blöd. Gibt's denn... Gibt's denn... Lasst mich mal grad schauen. Gibt es denn, ähm... Irgendwie... Sowas wie Außenklos? Ja, leider hab ich Outdoor-Leben nicht. Da gäb's das bestimmt. Irgendwie... Aber es gab ja auch mal... Ja, nicht in diesem Spiel. Schade. Das ist schade. Ja, zur Not könnten wir hier so ein kleines Klohaus hinstellen. Ich... Es ist ja nicht so, dass ich die dann nicht in meiner Bude haben will. Nein, so ist es nicht. Können die gern alle aufs Klo gehen, aber... Ähm, na, die hängen dann alle da drin. Und ich hätt gern draußen irgendwie was Hübsches dann, äh... Veranstaltet. Ja gut, aber, ähm... Wartet mal, kommen wir ja gerade mal... Ich reiß das dann auch wieder ab, denke ich mal. Ähm, wenn wir hier einfach mal... Guck mal hier hinten. Wir machen einfach hier, ähm... Was ist denn das für eine Wand? Hä? Kann ich nicht eine einfache Wand haben? Wiss? Halbwand leisten? Was ist das? Hä? Sieht doch genauso aus. Hö? Äh, ich verstehe nicht. Ich verstehe nicht. Ich will doch nur eine Wand. Oh Mann. Äh, Wände und leere Zimmer. Das ist doch hier die normale Wand. Das ist das Wand-Tool. Keller-Tool. Keller-Tool. Benutzer-definiertes Zimmer-Tool. Hä? Okay. Okay. Äh. Ja. Äh, können wir mal, ähm... Hallo? Nein! Mach das weg. Nein, nicht wiederholen. Escape. Oh. Ähm. Ja, dann... Wo kann ich dir hier nicht eine normale Wand hinstellen? Das ist ja doof. Äh. Äh? Ist ja das so schwierig. Ist doch sonst nicht so schwierig. Das ist doch viel zu groß, oder? Hm, wartet mal. So? Ich wollte nur eine Toilette. Die muss doch nicht so eine riesige Wand haben. Wieso ist das so blöd? Raumtool. Vierkiger Raum. Guck mal. Ja, sieht genauso beschissen aus. Hat hier diesen Unterbau. Den will ich doch aber hier gar nicht. Warum macht der das? Wegen dem Haus? Weil das auch einen Unterbau hat? Kann doch nicht sein. Das ist ja komisch. Ähm, okay. Äh, lasst mich nur mal gucken. Das, äh, weiß ich auch sonst nicht. Ich will ja nur mal... Ich will ja nur mal hier so ein ganz einfaches, komisches Klo. Die sind aber ganz schön teuer hier, die komischen, einfachen Klos. Guck mal, da eins rein zum Beispiel. Und da eins rein. Und da hin. Äh, so. Und dann die Wand ein bisschen rein. Nee, so. Oh, bitte. Oh, bitte, ey. So nicht. Warum macht der denn jetzt so was Blödes hier? Kann mir das mal einer erklären? Mhm. Ich will nur die Wand. Was ist denn im Ernst? So. Hm. Da kann ich doch jetzt garantiert keine Tür einbauen, oder? Könnte ich doch gerade schon wetten. Hm. Lass mal hier zumachen. Ich will das ja jetzt... Hallo? Geh mal da rüber. Ja, genau. So habe ich mir das vorgestellt. Nee, ich will diesen komischen Unterbau nicht. Das hier will ich nicht. Ja, nichts zum Löschen vorhanden. Doch, da ist eine ganze Menge zum Löschen vorhanden. Jetzt muss ich ja hier auch noch eine Treppe reinmachen. Wartet mal. Das ist doch doof. Kann ich nicht einfach hier irgendwas hinbauen? Anscheinend nicht. Hä? Schwierig. Sehr, sehr schwierig gerade. So, hier. Und da eine Toilettentür. Da eine Toilettentür. Wunderbar. Es ist jetzt nur für die Party. Ich schwöre. Oh, hier. Stabile Stufen. Äh. Alter. Kann ich die mal so? Guck mal da. Jawohl. Und dann nehme ich die noch einmal hier. So. Das ist ja grottig. Muss ich hier wirklich... Naja. Wie auch immer. Es ist nur für die Party. Ich schwöre. Ähm. Achso, hier. Huch. Jetzt bin ich im Keller. Ähm. Bin ich denn jetzt zu blöd hier gerade? Jetzt habe ich gar keine Wände. Wo ist ja jetzt mein Klo? Ich verstehe es nicht. Hä? Jetzt sind meine Klos ja gar nicht mehr hier. Wo sind meine Toiletten hin? Ich begreife es nicht. Äh. Haushaltsinventor. Ach, hier sind meine zwei Klos. Das ist ja super. Hier. Das hätte ich ganz gern wieder da rein. Das hat sich anscheinend beim Bau verschoben. Was? Maxis hat ein Grundstück favorisiert. Das ist ja... Ist ja schön für Maxis. Ähm. So, dann haben wir da ein Klo auf jeden Fall drin. Ein bisschen Licht wäre vielleicht auch nicht schlecht, damit die Herrschaften dann nicht so daneben pinkeln. Obwohl ich nehme erst mal was zum Händewaschen. Das... Wer ist das? Ach, Patrizia. Ich habe eben gelesen. Poritze. Ähm. So. Da kommt eins hin. Und dann machen wir das andere. Äh. Ja, ja. Grundstück favorisiert. Äh. Was machen wir da hin? Ähm. Vielleicht noch einfach ein Spiegel rein. Kommt da drüber. Und Spiegel ist eigentlich schon fast zu viel des Guten. Soll doch nur zum Pipi machen sein. Ähm. Äh. Ja. Ja. Klohände war schon fertig, ne? Ach so. Ne. Äh. Lampe. Lö, 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 lö. Lampe wollte ich. Verkauft das Zeug ja eh wieder. Äh. Was haben wir denn mal hier? Haben wir nicht mal so eine... Kann ich das? Ne. Das wollte ich nicht. Kann ich das hier nicht irgendwie höher ziehen? Dass ich mal die ganzen Lampen sehe und nicht so doof scrollen muss? Ich suche nämlich... Ja. Sowas in der Art hier wie das. So eine hässliche, blöde Kellerlampe. Was ist das da? Oh, das ist aber ganz schön teuer. Dafür, dass es blöd und hässlich ist. Was haben wir hier? Plankenlicht. Zeig mal. Ja, ja, ja. Ne. Ey, passt doch. Ähm. Ne. Machen wir weg. So. Und dann packen wir das Ganze hier auch nochmal drüber. Und dann hätten wir rein theoretisch Toiletten für die Gäste. Ne war ne war. Gott. Was für ein Theater. Nur weil ich die nicht in mein Haus lassen will. Also es kommt wieder weg. Ne. Wisst ihr. Wisst ihr Bescheid. Ne. Nur keine Panik. Und noch können wir ja auch gar keine Party machen. Ist ja noch gar nicht so weit. Zum ersten Mal sehen, dass Paris den Arbeitstag überlebt. Apropos, es ist jetzt halb acht. Das tut mir in der Seele weh. Du bist da hinten am, äh, Dingsen? Am Dingsen bist du? Ja, aber hör mal, wie wär's denn? Ähm. Lies doch mal noch ein Buch. Hier. Kannst du das schon lesen? Ja, kannst du. Hier, lese das mal. Hier liegen überall Bücher rum. Hör mal auf zu klampfen. Lies mal, äh, ein bisschen Logik. Das würde mir gut gefallen. Und schwupp ist sie glücklich. Das finde ich ja schön. Ja, wir kriegen das alles noch irgendwann hin hier. Mit der Freundschaft. Aber jetzt musst du erst mal ein bisschen schlauer werden. Vielleicht machst du ja noch eine tolle Entdeckung dabei. Ähm, hier, äh, Paris Mäuschen. Das tut mir in der Seele weh, aber wir müssen los. Und ich komme auch mit. Wir haben nämlich auch noch ohne Ende, äh, irgendwie hier Fotos und Fingerabdrücke im Inventar. Das müsste ich jetzt irgendwie mal an den Mann bringen oder so. Also ich hab die Reihenfolgen da noch nicht so ganz verstanden. Am Anfang war es ja sehr einfach. Er hat, äh, Spiel mir ja gesagt, was ich tun soll. Wenn ich das jetzt hier alleine machen muss, das... Oh ja, Gott. Sie fühlt sich total unwohl. Das, äh, tut mir leid. Möchtest du vielleicht erst mal, guck mal, geh mal auf das komische Klo hier. Dann kannst du dir bitte mal die Hände waschen, Zähne putzen. Vielleicht, äh, hilft das. So, und dann sollen wir Hinweise zu Verbrecherkarte hinzufügen. Ja, wir haben ja hier auch noch Zeugenbericht, Beweismaterial. Aber ich weiß nicht, wie man das da hinzufügt. Neuen Hinweise... Ach hier, Hinweise hinzufügen. Ah, dann machen wir das doch. Und dann müssen wir doch auch nochmal irgendwie... Ähm, zum Tatort. Ach nee, auf Patrouille gehen sollen wir nochmal. Aha. Okay. Oh Gott, das wird halt schlimmer. Jetzt stinkt sie auch noch, ja. Oh je, oh je. Oh je, oh je. Ja, komm doch hier. Hände waschen. Zähne putzen. Wir können jetzt hier nicht schwänzen. Hier ist eine Dusche. Oh, gut. Alter, das habe ich ja überhaupt noch nicht gesehen. Eine Dusche auf dem Polizeirevier. Gut, das Kind. Spekronium kannst du nicht essen, ne? Ja, wir könnten ja oben in der Kantine was essen, aber... Ja, Mann. So, angespannt. Ach, sie fühlt sich immer gefangen. Ja, da kann ich jetzt auch nicht halten. Kind Gottes. So, wenn es dir da gleich, hoffe ich, ein bisschen besser geht. Hygiene geht schon mal wieder hoch. Das ist schön. Mutigen Anmachspruch bei jemandem ablassen. Nee, du. Nee, du. Hier, wir werden jetzt mal bitte hier die Beweise dann hinzufügen. Oh Gott, des Willen. Also echt. Der Tag vergeht und wir waren duschen. Duschen an der Arbeit. Das ist ja auch schön. Oh Mann, ey. Von neun Stunden Arbeitstag erst mal drei geduscht. Wunderbar. Oh, cool. Springbrunnen. Springbrunnen. Das ist ja nett. Wer bist denn du? Sebastian, dich kenne ich nicht. Äh, so. Jetzt muss ich mal hier das bisschen im Auge behalten. Oh, was? Paris hat herausgefunden, dass die Verdachtsperson einen Rock trägt. Ich weiß überhaupt nicht, um welchen Fall es geht, aber ist egal. Äh, so die Verdachtsperson trägt einen Rock. Aha. Äh, kann ich hier noch mehr Hinweise jetzt hinzufügen? Ja, kann ich. Dann wollen wir das doch mal machen. Zeugenberichte. Fingerabdrücke habe ich noch. Und wie schön sie das hier mit ihrem... Uiui. Mit ihrem Wollfäden. Oh, guckt mal. Was sie hier für tolle Fotos geschossen hat. Gabel und Löffel und was nicht alle. Ach, ist das hier deine Verdachtsperson? Aha. Feindung verfügbar? Aha. Paris hat genug Hinweise, meine Fahndung an der Verbrechenskarte einzuleiten. Je mehr Hinweise du vor dem Einleiten einer Fahndung sammelst, desto besser findest du den Verdächtigen. Und das stand jetzt hier, oder wie? Äh, im Notizbuch. So, sie trägt einen Rock und hat graue Haare. Das sind aber erst zwei Hinweise. Ähm. Neuen Hinweis ableiten, das könnte ich nochmal versuchen. Und dann werden wir die Fahndung einleiten. Könnte ich ja schon mal machen. Fahndung einleiten. Okay. Wie cool das ist. Überall hier diese Fäden gespannt. Okay, findest du jetzt noch irgendwas Neues raus? Nein, findest du nicht. Das ist schade. Dann schätze ich, wir haben jetzt die Fahndung. Oh, wir leiten die Fahndung ein. Oh mein Gott. Bin jetzt mal gespannt. Und, also sie trägt einen Rock und hat graue Haare. Ich hoffe, da wird es nicht allzu viele Sims geben, auf die das irgendwie zutrifft. Ähm, naja, wahrscheinlich haben jetzt alle einen Rock und graue Haare. Lass uns mal gucken. So, oh, Fahndung. In dieser Gegend wurde ein Verdächtiger gesichtet, auf den die Fahndungsbeschreibung zutrifft. Frag herum, damit du Hinweise auf den Verdächtigen erhältst. Sieh dir im Notizbuch die Beschreibung des Verdächtigen an. Okay, das haben wir gemacht. Bevor du jemanden festnimmst. Wenn du die falsche Person festnimmst, wirkt sich das negativ auf deine Karriere aus. Das wäre natürlich ausgesprochen schlecht. Da ist doch schon was Grauhaariges, aber es hat leider keinen Rock an. Also, wir sollen, ja, Verdachtspersonen verhaften und vorher noch ein bisschen rumfragen. Okay, das machen wir auf jeden Fall in der nächsten Folge, ihr Lieben. Und bis dahin, eure Trin.